hallo und hier aus der heißen stadt aus stettin ja heute am samstag ist es endlich soweit ja und ihr wisst um was es geht ja es ist auch noch mal verlinkt da oben in der ecke und was sich der gewinn handelt seht ihr gleich nach meinem kurzen intro also bleibt dran ja schön dass ihr noch dabei seid für unseren weihnachtsgewinn 2020 einen weihnachtsmarkt bummeln über die schönsten weihnachtsmärkte hier in der wunderschönen stadt stettin ja ist wie gesagt da oben noch einmal verlinkt ja teilnahmebedingungen stehen unten auch noch einmal bitte achtet darauf ja es kann sein dass irgendwo ein buchstabe und eine zahl auftaucht irgendwo hier so kann es passieren ja es kann auch sein dass während des intros irgendwo ein buchstabe oder eine zahl eingeblendet worden ist ihr könnt das video immer wieder hin und her spulen bleibt dran und augen auf und falls es euch alles zu schnell geht immer wieder hin und her spulen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020